Und die Pharisäer und die Sadduzeer kommen herzu, versuchen ihn und fordern ihn auf, ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zu zeigen. Als Antwort aber sagte er zu ihnen, Die Generation, die Böse und Ehebrecherin, trachtet nach einem Zeichen, und ein Zeichen wird man ihr nicht geben, wenn nicht das Zeichen des Jona. Und er ließ sie und ging davon. Und da die Jünger an das jenseitige Ufer kamen, vergaßen sie Brote mitzunehmen. Jesus aber sagte zu ihnen, Sehe zu und nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzeer. Sie aber folgerten unter sich und sagten, Brote nahmen wir nicht mit? Da aber Jesus es erkannte, sagte er, Was folgert ihr unter euch, Kleingläubige ihr, da ihr nicht Brote habt? Noch nicht begreift ihr, noch gedenkt ihr der fünf Brote der 5000 und wie viele Tragekörbe ihr bekamt, noch der sieben Brote der 4000 und wie viele Körbe ihr bekamt. Wie begreift ihr nicht, dass ich nicht von Broten zu euch sage, nehmt euch aber in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzeer? Dann verstehen sie, dass er nicht sagte, sie sollten sich in Acht nehmen vor dem Sauerteig der Brote, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzeer. Da aber Jesus in die Gebiete von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sagte, Wer sagen die Menschen, dass der Sohn des Menschen sei? Sie aber sagen, Die einen zwar sagen, Johannes der Täufer, andere aber Elias, anderweitiger aber Jeremia oder einer der Propheten. Er sagt zu ihnen, Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Als Antwort aber sagte Simon Petrus, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Als Antwort aber sagte Jesus zu ihm, Glückselig bist du, Simon Bayona, da Fleisch und Blut es dir nicht enthüllt, sondern mein Vater in den Himmeln. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich bauen meine herausgerufene Gemeinde. Und die Pforten des Ungewahrten werden nicht die Oberhand über sie behalten. Und geben werde ich dir die Schlüssel des Königreiches der Himmel. Und was du auch binden solltest auf Erden, wird gebunden sein in den Himmeln. Und was du auch lösen solltest auf Erden, wird gelöset sein in den Himmeln. Dann verwarnt er die Jünger, dass sie niemandem sagten, er sei der Christus. Von dann an begann Jesus, seinen Jüngern zu zeigen, dass er hingehen müsse nach Jerusalem und viel Leiden von den Ältesten und Priesterfürsten und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferweckt werden. Und Petrus nahm ihn zu sich und begann ihn zu verwarnen und sagte, Versühnt sei er dir, Herr, keinesfalls wird dies für dich sein. Da er sich aber wandte, sagte er zu Petrus, Geh hinter mich, Satan! Ein Fallstrick bist du mir, da du nicht sinnest auf das, das Gottes, sondern auf das, das der Menschen ist. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir. Denn wer auch wollte seine Seele retten, umbringen wird er sie. Wer aber sollte seine Seele umbringen, meinetwegen, finden wird er sie. Denn was wird es nützen dem Menschen, so er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verwirkt? Oder was wird der Mensch geben als Eintausch für seine Seele? Denn der Sohn des Menschen schickt sich an, zu kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Boten, und dann wird er einem jeglichen vergelten nach seinem Handeln. Wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die keinesfalls sollten vom Tode schmecken, bis sie den Sohn des Menschen sollten gewahren, kommend in seinem Königreich. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus dem Petrus und Jakobus und Johannes seinen Bruder beiseite und bringt sie hinauf auf einen hohen Berg für sich. Und er ward umgestaltet vor ihnen, und sein Angesicht glänzte wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Moses und Elias erschienen ihnen und besprachen sich mit ihm. Als Antwort aber sagte Petrus zu Jesus, Herr, schön ist es für uns hier zu sein, wenn du willst, werde ich hier drei Zelte machen, dir eins und Moses eins und Elias eins. Während er noch spricht, siehe, da beschattet sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sagt, Dies ist mein Sohn, der Geliebte, an dem habe ich meine Lust, höret ihn. Und da die Jünger es hörten, fielen sie auf ihre Angesichter und fürchteten sich gar sehr. Und Jesus kam herzu, rührte sie an und sagte, Erhebet euch und fürchtet euch nicht. Da sie aber ihre Augen aufhoben, gewahrten sie niemanden außer Jesum selbst allein. Und da sie herabsteigen vom Berge, gebietet ihnen Jesus und sagt, Niemandem sollte das Gesicht sagen, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferweckt werde. Und seine Jünger fragen ihn und sagen, Was sagen nun die Schriftgelehrten, dass Elias zuerst müsse kommen? Als Antwort aber sagte er zu ihnen, Elias zwar kommt und wird alles wieder herstellen, Ich aber sage euch, dass Elias schon kam und sie erkannten ihn nicht, sondern sie taten an ihm so viel, als sie wollten. Also wird auch der Sohn des Menschen demnächst leiden von ihnen. Dann verstehen die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen sagte. Und da sie kamen zu der Schar, kam ein Mensch zu ihm, fiel auf die Knie vor ihm und sagte, Herr, erbarme dich meines Sohnes, da er feilsüchtig ist und übel dran. Denn oftmals fällt er ins Feuer und oftmals ins Wasser und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht und sie konnten nicht machen, dass er genese. Dann aber sagte Jesus als Antwort zu ihnen, O Ungläubige und verdrehte Generation, bis wann soll ich bei euch sein, bis wann soll ich euch ertragen, bringt ihn zu mir hierher. Und Jesus schallt ihn und der Dämon fuhr heraus aus ihm und der Knabe genaß von jener Stunde an. Dann kamen die Jünger zu Jesu für sich und sagten, weshalb konnten nicht wir ihn austreiben? Er sagt aber zu ihnen, Um eures Kleinglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, so ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, werdet ihr diesen Berge anbefehlen. Gehe weiter von dannen dorthin und er wird weitergehen und nichts wird euch unmöglich sein. Da sie aber sich zusammenrotteten in Galiläa, sagte Jesus zu ihnen, Demnächst wird der Sohn des Menschen überliefert werden in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten und am dritten Tage wird er auferweckt werden. Und sie wurden überaus betrübt. Sie kamen aber nach Kapernaum und es kamen herzu, die die Doppeldrachme nehmen zu Petrus und sagten, Entrichtet euer Lehrer nicht die Doppeldrachme? Er sagt, Ja. Und da er in das Haus kam, kommt ihm Jesus zuvor und sagt, Was dünkt dich, Simon? Von wem nehmen die Könige der Erde Zölle oder Kopfsteuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Er aber entgegnete Von den Fremden. Da er aber sagt, Von den Fremden, entgegnete ihm Jesus. Freie sind doch demnach die Söhne, auf das wir ihnen aber nicht einen Fallstrick legen. Wirf, wenn du ans Meer gegangen, die Angel aus und den Fisch, der zuerst hochkommt, hebe auf und öffne sein Maul und du wirst einen Starter finden. Denselbigen nimm und gib ihnen an meiner und deiner Stadt. In jener Stunde aber kamen die Jünger zu Jesu und sagten, Wer ist wohl größer im Königreich der Himmel? Und ein kleines Kind herzurufend, stellte er es in ihre Mitte und sagte, Wahrlich, ich sage euch, So ihr euch nicht umwendet und werdet wie kleine Kinder, werdet ihr keinesfalls eingehen in das Königreich der Himmel. Wer nun sich selbst wird erniedrigen, wie dies kleine Kind, dieser ist der Größere im Königreich der Himmel. Und wer auch sollte solch kleines Kind annehmen in meinem Namen, der nimmt mich an. Wer aber sollte einem dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Fallstrick werden, dem frommt es, dass ein Mühlstein, den ein Esel drehen muss, um seinen Hals gehängt und er versenkt würde im offenen Meer. Wehe der Welt der Fallstricke wegen, denn es ist notwendig, dass die Fallstricke kommen. Indes wehe jenen Menschen, durch den der Fallstrick kommt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir zum Fallstrick wird, hau sie ab und wirf sie von dir. Ist es trefflich für dich, verstümmelt oder lahm einzugehen in das Leben oder zwei Hände oder zwei Füße zu haben, geworfen zu werden ins äonische Feuer? Und wenn dein Auge dir zum Fallstrick wird, reiß es heraus und wirf es von dir. Ist es trefflich für dich, einäugig einzugehen in das Leben oder zwei Augen zu haben und geworfen zu werden in die Gehenna des Feuers? Sehe zu, dass ihr nicht einen dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Boten in den Himmeln erblicken fortwährend das Angesicht meines Vaters in den Himmeln. Was dünkt euch, so einem Menschen hundert Schafe werden und es verirrt sich eines von ihnen? Wird er nicht die 99 Schafe lassen auf den Bergen und hingehen zu suchen, das Verirrte? Und so es geschieht, dass er es findet? Wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dasselbe als über die 99, die nicht verirrt sind. Also ist es nicht der Wille vor eurem Vater in den Himmeln, dass da umkomme eines dieser Kleinen? Ängste halten einen Menschen im alten Dasein gefangen. Wegen den folgenden Ängsten wird Böses, Falsches oder Ungesundes zugelassen, verteidigt und geschützt. Angst vor dem Versagen, Angst ausgestoßen zu werden, Angst alleine zu sein, Angst vor Einsamkeit, Angst vor Veränderung, Existenzangst, Angst vor Strafe, Angst aufzufallen, Angst vor dem Weg, Angst vor der Wahrheit, Angst vor dem Leben. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de Das Fibelheft